Was soll ich denn hier hinstellen? Wow, das läuft schon. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist eine Info, das ist eine Info. Und zwar, das ist die Info, dass... Ja. Das, wenn ihr Video wünscht habt, mir das ganz unten in die Kommis schreiben könnt, aber... Und die zweite Information ist, wir haben jetzt ein Maskottchen. Okay, doch nicht. Und zwar ist das eine kleine Schildkröte, weil ich liebe Schildkröten. Und Siegmaus, sie ist so sweet. Und deswegen ein Maskottchen. Und es werden weitere Anleitungen kommen. Oh shit.